am besten der teleporter wieder nach draußen und hier rum ein fisch und noch ein fisch so eine leiter ist hier schnell schnell noch zwei fische macht sich unser essensvorrat langsam wieder so wir müssen nämlich hier rüber und hier in die ruinen so wieder neues so ja genau da oben ist was zu sehen mal sehen ob da druckplatten sind nein und auch nicht das ist nichts zum drücken aber das ein branche place eine resurrection portion du erhörst deine krit chance aber verregert die schockresistenz das war wahrscheinlich auch nicht das epische item oder nein ok das war ruin of the zone die verlassen wir auch gleich wieder hallo schleimis schleimis in der medizitations kammer also ja man könnte hier theoretisch irre gut weinten so dass wir das secret zwei secrets gibt es hier drin in der krypta also der pyramide besser gesagt und zwar ist eins definitiv hier oben das habe ich jetzt gelernt das andere war glaube ich hier irgendwo hier dem bereich da gehen wir einfach mal nachgucken würde ich sagen so einmal ab ins kühle nass gut und hier rein so sicherheitshalber sich an neuen hallo schlage du kannst doch immer garstig sein wollen wenn du vergiftest so du drobst aber auch lecker essen wobei ich schlange nur halb so makaber finde wie wie krötenzungen ein kumpel ja zu dir muss ich mich rüber teleportieren ups das war keine absicht war trotzdem gut so wir müssen nämlich wieder nach da hinten was habe ich hier zurück gelassen eine leere kiste ist okay genau man hört wie da was aufgeht ich kann das leider nicht in stase einfangen oder schade jetzt muss die stase aufhören okay das dürfte gehen bingo mir war griff zählt ihr als epic nein aber ihr wart einer der beiden schätze hier sehr schön gut das andere war irgendwo da drüben da komme ich so nicht dran das war das secret hier oh noch mal was zu essen das kannst du gleich essen gut das muss ich kurz überlegen wo das war war das hier hier war der teleporter es muss es muss hier der unterfallkammer gewesen sein ich weiß auf jeden fall ich habe mir extra die richtigen namen notiert dass ich auch ja die richtigen ebenen ebenen nehme hier ist aber schon mal nichts zu sehen nein 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 auch kein knopf hier ist auch kein knopf auch nicht auch nicht nö 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 nein und tarion hat tarion hat jeder jede menge neue pflanzen gemacht war das doch auf der seite und vor das bsp selber nicht ganz sicher ich hätte schön können das war hier irgendwo weil hier ist das runtergefallen genau genau da fällt man nämlich hier runter und hier überall das sind die runterfalldinger ja die beiden hier oder die alle hier genau 123456 123456 ja da gibt es auch kein zweifel das müssten die hier sein genau weil das sind ist die andere reihe da hoch porten brauche ich mich nicht hoffe ich jedenfalls wohl hier ist auch jetzt ein schalter versteckt hier auch nicht hier auch nicht da war die der teleporter nein das war die wand ok was macht ihr eigentlich ach der macht die teleporter aus hier ist allerdings auch kein knopf zu sehen also kannst du dir ruhig wieder an machen hier scheint licht durch die ganz oben gibt es nichts ach nee halt jetzt weiß ich wieder wo wir hin müssen stimmt 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 gut hier nämlich müssen wir hin eine fackel das war es schon mal nicht oder muss ich da auch noch eine was machst du alles mich raten du machst hier auf genau und das letzte teil vom mir was hätte wahrscheinlich immer noch nicht nein noch nicht das epische item so damit ist die pyramide auch fertig gut auch das andere teil vom mir was hätte bitte wieder mitnehmen so was lassen wir dich hier liegen du kriegst du ein fisch und wir können dieses ding wieder verlassen ach es ist wieder nacht wo 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 wenn wann klettert ihr denn aus dem wasser das finde ich gar nicht so nett mich einfach so zu erschrecken das ist ja eine ganze horde von euch sache feuerwaffen sind echt etwas fragwürdig obwohl ich sollte da nicht so viel sagen das spiel wurde ja mittlerweile gepatcht aber angeblich soweit ich weiß muss man für bestimmte änderungen neues spiel anfangen dass sie wirksam werden und mein let's play ist ja schon vom ersten wochenende des seitdem grimrock released wurde so wo wollte ich hin ach ja ich könnte gleich zum cemetery gehen genau machen wir das mal äh ja das könnte jetzt auch wieder lustig werden wenn die untoten hier wieder wie sport sind du bist der nexus zugang dich will ich nicht ich wollte die das windtor da hinten gerne haben denn das letzte secret liegt in urs krypta